Über das Siegelsystem können Datensätze vor direktem Zugriff geschützt werden. Je nach Konfiguration ist die Entnahme des Passwortes nur im Mehrauchenprinzip und mit Angabe einer Begründung möglich. Das Versiegeln der Datensätze kann auch automatisch über das Workflow- oder Tasksystem erfolgen. Das Siegel wird mit einer oder mehreren Freigabevorlagen verknüpft und bietet eine hierarchische Freigabestruktur. Somit können auch verantwortliche Ebenen durchgesetzt werden. Ebenfalls können bestimmte Personen oder Gruppen beim Zugriff oder Siegeländerungen informiert werden. Versiegelte Datensätze werden in der Liste mit einem entsprechenden Siegel-Icon angezeigt. Je nach Siegelkonfiguration kann das Icon unterschiedlich aussehen. Benötigt eine berechtigte Person Zugriff auf einen versiegelten Datensatz, so kann diese eine Freigabe anfordern. Durch die im Freigabedialog angegebene Begründung wissen die freigabeberechtigten Benutzer, warum der Zugriff des Benutzers gewünscht wird. Die Freigabe kann nun von den zuständigen Benutzern oder Gruppen erteilt oder abgelehnt werden. An diesem Prozess nehmen je nach Konfiguration mehrere Gruppen oder Benutzer teil. Das System kann auch so konfiguriert werden, dass eine Ablehnung durch einen Benutzer alle anderen Freigaben für nichtig erklärt und den Freigabelauf abbricht. Der Benutzer, der die Freigabe angefordert hat, wird über das Ergebnis des Freigabelaufs benachrichtigt. Wurde die Freigabe erteilt, so kann das Siegel gebrochen werden und der Zugriff auf den Datensatz ist möglich. Ebenso werden berechtigte Benutzer darüber informiert, wenn das Siegel gebrochen wurde und der Zugriff auf den Datensatz somit erfolgt ist. Ein Siegel kann nur von einem Benutzer gebrochen werden. Das Passwort ist dann nur für diesen Benutzer sowie für die Benutzer, welche das Siegel ändern dürfen, ersichtlich. Der komplette Siegelprozess wird im Logbuch festgehalten, warum der Benutzer einen Siegelzugriff gewünscht hat und mit welcher Begründung die berechtigten Benutzer den Zugriff erlaubt haben. Das Siegelsystem hilft Ihnen, Ihre Passwörter so noch sicherer zu verwalten.